Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Wir werden heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, Influencer-Marketing. Genau, einmal Magdalena Wöckinger und einmal Sarah Sammer von der Agentur Ginger It. Wollte ich euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht? Sehr gerne. Ich starte einfach mal los. Ich bin die Magdalena. Danke erstmal für die Einladung. Ginger It haben wir vor einem knappen halben Jahr gegründet und wir machen eigentlich alles, was so zum Thema Online-Marketing dazugehört. Unter anderem eben auch Schwerpunkt Influencer-Marketing. Wir sind beide selbst Influencer. Mich kennt man unter dem Namen Mena Vox und ich mache hauptsächlich DIY, Interior, Upcycling. Und es ist, glaube ich, auch ganz cool, in unserer Branche da die andere Richtung auch zu kennen. Und das kann man natürlich dann auch das Feedback, was wir von uns selber kennen, direkt auch in die Kundenarbeit mit einarbeiten. Ja, mein Name ist Sarah. Ich bin bekannt unter dem Namen Fit bei Sarah Sammer, was der Name schon verrät. Mein Schwerpunkt ist Fitness. Ich gebe meinen Followern Tipps rund um das Thema Fitness und Ernährung. Ja, und wie die Magdalena schon gesagt hat, wir haben uns jetzt zusammengetan, unsere Agenturen zusammengelegt vor einem halben Jahr und sind da eben auch für unsere Kunden im Social-Media-Bereich unter Content Creation inklusive Influencer-Marketing eben tätig. Okay. Was versteht Sie unter Influencer-Marketing? Was ist das? Influencer-Marketing bedeutet eigentlich, dass Unternehmen ihre Produkte, Dienstleistungen etc. in Zusammenarbeit mit Influencern, Creatoren, Bloggern, wie auch immer man es jetzt nennen mag, vertreiben. Also die einfach zur Unterstützung als zusätzlichen Vertriebskanal quasi haben, was jetzt aber nicht immer nur der Verkauf von Produkten sein muss. Das kann ja zum Beispiel Imagepflege sein, Awareness. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Ziele, die man mit Influencer-Marketing ansprechen bzw. bedienen kann. Und es ist eine sehr gute Quelle mit sehr viel Trust, ein Produkt oder Dienstleistung zu vertreiben bzw. zu bewerben, weil die Community hinter so einem Influencer natürlich eine ganz andere Wertigkeit bzw. eine ganz andere Bindung hat zum Influencer selbst. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Zeitungspost schaltet, da wo man halt einfach weniger beeinflussen kann, wer das jetzt sieht, lest etc. Ja, ich glaube ein wichtiges Stichwort ist eben Authentizität und diese nahe Bindung von den Followern zu ihren Influencern. Es ist ja sehr auf die Zielgruppe eben zugeschnitten. Jeder Mensch sucht sich seine Influencer, die die gewissen Punkte abdecken, die einen interessieren. Also wenn man mir zum Beispiel folgt, dann ist man halt irgendwie fitnessbegeistert und da vertraut man dann auch auf meinen Rat bezüglich Produkten oder irgendwelchen Fitnessübungen oder so, was ich da eben dann empfehle. Okay. Und vegan, oder? Beide. Genau. Ich nicht. Ah, du nicht? Okay. Nein, sie sind nicht so brav. Ja, bringen wir noch dazu. Ja, ziehen wir. Was sind denn so typische Stolperfallen, die ihr am Markt seht, egal in welche Richtung, von Agentur aus oder vom Kunden, Problemchen, die einfach in diesem Thema existieren? Ja, ich glaube, mittlerweile ist diese Creator-Bubble so groß, es gibt so viele Influencer mittlerweile und es ist halt nicht reguliert. Das heißt, es wird auch sehr viel unprofessionell gearbeitet und auf Unternehmensseite gibt es halt viele Marketing-Menschen, sagen wir mal so, oder auch in Agenturen, die nicht auf diesen Bereich spezialisiert sind, die halt gar nicht wissen, auf welche Zahlen und Fakten sie achten müssen, wenn sie einen Influencer auswählen. Ja, weil da muss man halt ganz genau auf die Insights schauen, weil es bringt nichts, jetzt einen Influencer zu buchen, der eine Hauptzielgruppe in den USA hat, wenn man jetzt zum Beispiel ein Wiener Lokal bewerben möchte. Und da sehen halt viele Unternehmen nur die Follower-Anzahl und schauen zu wenig ins Detail. Weil es gibt auch, was die Sarah schon kurz angesprochen hat, eben das Problem, dass es so viele Influencer mittlerweile schon gibt, wo es natürlich auch wie in jedem Beruf auch schwarze Schafe gibt. Stichwort Follower-Kauf, was vor ein paar Jahren nur ein großes Thema war. Ich glaube, das hat sie mittlerweile eh ein bisschen reguliert, weil es eben jetzt diese ganzen Insights gibt, die es vor vielen Jahren in dem Detail gerade noch nicht gegeben hat. Aber auch das Thema, dass man so schnell wachsen kann aktuell wegen den Reels. Es gibt halt viele Creator, die das jetzt ganz frisch machen und extrem schnell gewachsen sind. Sehr coole Sache, weil sie sehr coolen Content machen, aber die eben auch von 0 auf 100 jetzt irgendwie da sind und vielleicht selber noch nicht so viel Erfahrung haben, die auch von der anderen Seite im Bereich Influencer-Management eventuell ein bisschen Unterstützung brauchen, dass man die auch an die Hand nimmt und denen hilft, da ebenfalls auch professionell aufzutreten. Gar nicht, weil es irgendwie böswillig ist oder so, überhaupt nicht. Aber ich kenne es ja von mir, als ich vor, ich glaube, ich mache das mittlerweile fünf, sechs Jahre, als ich angefangen habe, da die ersten Anfragen reingekommen sind. Ich habe keine Ahnung gehabt, was kann ich da verlangen? Kann ich überhaupt was verlangen? Wie genau soll ich das jetzt umsetzen? Also, wenn dann eben genau ein Unternehmen, das noch nicht recht viel Ahnung hat, mit einem Influencer, der noch nicht recht viel Ahnung hat, zusammentrifft, dann kann das halt schnell einmal irgendwie auseinander gehen. Jetzt überhaupt nicht böswillig, sondern weil man einfach, weil die Basis halt einfach fehlt auf beiden Seiten. Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Influencer automatisch ja auch Unternehmer sind, aber diese Skills meistens nicht erworben worden sind. Also, es gibt ja jetzt schon in der Gen Z zum Beispiel ganz viele junge Leute, die sagen, ich möchte hauptberuflich Influencer werden. Die machen dann den kürzesten Weg in Österreich mit der AHS-Matura und dann hat man keine kaufmännische Ausbildung, dann ist man YouTuber und weiß eigentlich überhaupt nichts, was Steuern oder Rechnungen ausschreiben oder was auch immer betrifft. Ja, und da kommt halt eine gewisse Unprofessionalität rein, wo es halt immer von Vorteil ist. Und wenn das eben so ist, dass man eine Marketingagentur dazwischenschaltet, die das alles managt. Dann werden wir noch darauf kommen, auf diesem Thema, macht man das mit, Agentur oder ohne? Ich möchte noch kurz in eure Rolle, seid ihr selbst Influencer, das macht euch ja auch so super authentisch. Wie wählt es denn ihr auch aus, umgekehrt ein Unternehmen, das jetzt zu euch passt oder nicht? Weil ich stelle mir vor, man will ja auch irgendwie den Erfolg der Kooperation, oder? Also das ist ja dann nicht, wenn man schlau denkt, will ja jeder gewinnen, oder? Am Ende des Tages. Ja, wir schauen uns natürlich mal an, was sind die Ziele vom Unternehmen? Was möchte das Unternehmen erreichen? Hat das Unternehmen vielleicht schon konkrete Ideen, mit wem es zusammenarbeiten möchte? Und darauf basierend geben wir natürlich Tipps. Sind die Ziele überhaupt erreichbar mit Influencer-Marketing? Ist die Zielgruppe auf den unterschiedlichen Kanälen adressierbar? Passen die einzelnen Influencer, die gewünscht sind, zum Produkt? Passen die von der Zielgruppe her? Ja, und wenn das überhaupt nicht der Fall ist und da unsere Ratschläge nicht erhört werden, sage ich jetzt mal, dann macht eben ein Zusammenarbeiter keinen Sinn. Das haben wir jetzt Gott sei Dank noch nie gehabt in dem Ausmaß, weil wenn man es argumentieren kann, warum die oder die Strategie jetzt nicht passt oder der Art der Influencer jetzt nicht passt, eigentlich dann jeder auf unseren Rat gehört hat, weil Gott sei Dank sind ja die meisten trotzdem so weit, dass sie uns ja hinzuziehen, um ein konstruktives Feedback und eine Strategie und ein Konzept von uns zu bekommen. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wenn das nicht der Fall wäre, dann wird man es nicht machen, weil dann einfach auch der Outcome nicht positiv wäre, dann wird das Ziel nicht erreicht werden können. Und ich glaube, aus der anderen Sicht, also aus unserer persönlichen Influencer-Sicht jetzt betrachtet, achten wir natürlich darauf, also auf Social Media ist es aktuell so, dass man umso mehr man in eine Nische geht, umso erfolgreicher ist man als Creator unterwegs. Dementsprechend sollte man natürlich auch seine Kooperationspartner wählen. Wenn ich jetzt im Bereich Fitness unterwegs bin und dann aber die ganze Zeit jetzt Kooperationen machen würde aus dem Bereich von der Magdalena mit Interior oder Do-It-Yourself, also dann im Baumarkt gehe und dort die Kooperationen machen, dann denkt sich jeder, was ist mit ihr los? Und die macht jetzt irgendwie, die will Kohle haben und macht deswegen unauthentische Werbung. Und ich glaube, dass das heutzutage auch schon sehr auffällig ist und dass das auch das Publikum mitbekommt. Also es gibt durchaus öfter mal Influencer, wo man sagt, ja, die machen eh jede Kooperation. Ist nicht unbedingt ein gutes Merkmal. Das heißt, man hat so mehr Influencer auch die Angst, sein Publikum eher zu verlieren? Zu verlieren und zu verärgern. Zu verärgern, eben nicht mehr authentisch zu sein. Also die Richtung kommt auf jeden Fall sehr oft vor, würde ich jetzt mal sagen, dass man einfach Anfragen kriegt, die überhaupt nicht dazu passen. Also ich mache zum Beispiel auch Caféschen oder so, weil es passt einfach nicht zu mir. Oder eben auch irgendwelche Supplements oder so. Also ich mache selber persönlich sehr viel Sport, gehe auch vier, fünf Mal die Woche ins Gym. Aber ich nehme auch teilweise meine Community ein bisschen in den Stories dabei mit, aber das ist einfach nicht mein Hauptthema. Und deswegen mache ich sowas auch nicht. Okay. Aber in welcher Größe ist man eigentlich überhaupt Influencer? Oder wann würdet ihr von einem Influencer sprechen? Das hat sich sehr geändert. Also ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich ein paar tausend Follower hat in einer bestimmten Nische und einfach selber eine gewisse Leistung erbringt, das heißt regelmäßig postet und dann Content mit Mehrwert postet, ist man Influencer. Natürlich sind das unterschiedliche Größen. Und da steht wiederum damit in Verbindung, wie viel Geld man für eine Kooperation verlangen kann. Aber Influencer, also ganz oft haben wir das jetzt mit unseren Kunden von der Agentur, wo wir LinkedIn-Marketing für Unternehmer machen, vielleicht gezielt eher für den Vorstand, für Geschäftsführer, die wir dann als Person auf LinkedIn betreuen. Und die zu einem sozusagen Business-Influencer machen. Wenn man da eine Follower-Schaft hat mit, weiß ich nicht, 500 oder 1.000 Leuten auf LinkedIn, hat man auch schon eine enorme Wirksamkeit und eine Sichtbarkeit. Und ich glaube, das wird manchmal unterschätzt oder ein bisschen falsch beurteilt. Okay. Gibt auch immer so die Frage, arbeitet man lieber mit vielen Kleinen oder einem Großen? Gibt es da eine generalrichtige Antwort? Das kommt darauf an, würde ich sagen. Also das erste Mal muss man mal definieren, was ist groß und was ist klein. Es kann sein, dass jetzt ein Influencer mit 10.000 Followern zum Beispiel mehr Storyviews oder mehr Engagement hat als eine Person mit 50.000 Followern. Also da muss man, wie gesagt, wieder ganz genau auf die Zahlen schauen. Also die Followerzahl alleine sagt sehr wenig aus. Natürlich kann es Sinn machen, gerade wenn es zum Beispiel ein sehr neues Produkt ist, dass man eher auf mehrere Kleine geht, die zum Beispiel sehr geballt auf einem Standort sind. Ich sage jetzt einfach Hausnummer neues Café. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, da 20 kleine, unter Anführungszeichen, Influencer zu nehmen, die alle aus Umgebung Wien sind, deren Zielgruppe stark aus Wien ist und die alle dort mal einzuladen oder irgendeine Kooperation eben zu vereinbaren. Also wenn ich jetzt einen Influencer nehme, der 200.000 Follower hat und vielleicht 10% davon nur aus Wien sind, weil der Streuverlust einfach so enorm ist. Und wenn ich persönlich jetzt bei 10 verschiedenen Leuten in der Story sehe, die gehen jetzt alle in dieses eine Café, dann hat das für mich irgendwie so den Eindruck, okay, jeder ist gerade dort, ich muss da jetzt auch hin. Während man es jetzt nur von einer einzelnen Person sehe, der… Das ist schnell vergessen auch. Also so kann man das ja auch mit mehreren, kann man das natürlich so timen, dass sie in einem bestimmten Zeitfenster alle posten und dann hat man halt vielleicht, weiß nicht, ein paar Leute folgen halt 50% von diesen 10 Influencern und dann hat man natürlich einen Wiedererkennungswert. Was man auch nicht vergessen darf ist, wenn man jetzt wirklich von solchen Mega-Influencern sprechen, die mehrere Millionen Follower oder so haben, da muss man sagen, haben die sehr oft Lifestyle-Content und nicht wirklich eine Zielgruppe, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Fitness-Influencer oder das ist nur Do-It-Yourself oder das ist nur Fashion, sondern, also da hat man nicht mehr so einen Zugriff auf die Zielgruppe, das ist dann eher schon wieder ein bisschen so wie Fernsehwerbung, wo man jetzt nicht sagen kann, ah, ich will nur diese Zielgruppe erreichen. Und das hat man bei den kleineren unter Anführungszeichen halt dann doch besser gegeben durch die Nischen. Ja, genau. Ich denke mal auch so Risikostreuung, oder? Weil am Ende des Tages ist doch auch viel Vertrauen und einfach auch ausprobieren, oder man weiß halt nicht, wie was reagiert, welches Publikum, welcher Ding, oder? Das auch auf jeden Fall, aber auch preislich ist da natürlich, also ein riesiger Influencer, da ist meistens schon ein ganzes Unternehmen und ein ganzes Team dahinter, da sind die Preise natürlich auch schon viel stabiler und da ist ein anderes Selbstbewusstsein dahinter. Bei der Preisgestaltung, das rennt alles anders ab als bei kleineren Influencern, wo man da vielleicht auch noch mehr bei der Preisgestaltung machen kann, wo man sagen kann, als Startup, hey, wir haben dieses Budget, was kannst du dir vorstellen, ein bisschen verhandelt und so, das ist halt da in einem größeren Rahmen möglich als bei mega Influencern, würde ich jetzt mal so sagen. Was ist so ein Budget, was man braucht? Also so, wenn man vor allem an den Start denkt, nach oben wird es nie eine Grenze geben vermutlich, aber was ist so, mit was soll man tun? Also ich würde mal sagen, so mit 2.000, 3.000 Followern kommen so die ersten Anfragen, das ist meist unbezahlt, also ich kann mich nur erinnern, als ich angefangen habe, da freut man sich natürlich, wenn man da mal eine Creme zugeschickt kriegt oder da mal ein Parfüm zugeschickt kriegt. Was man da natürlich nicht vergessen darf, ist, dass man solche Sachen auch versteuern muss, also das ist eben auch wieder ein Thema, wo, glaube ich, viele neue Influencer dann gar nicht so die Ahnung haben, was da eigentlich dann wirklich dahinter steckt, dass das nicht einfach Gratis-Produkte sind, die man behalten darf, sondern dass man das eben auch versteuern muss. Wenn man dann dafür nichts bezahlt bekommt, sondern das nur für free bekommt, macht im Endeffekt ein Minus, also das muss halt eigentlich bewusst sein. Aber das geht jetzt an der Antwort von der Frage vorbei, also ich würde mal sagen, wenn man so kleine Influencer anfragt, kann man auch grundsätzlich mal ohne Budget durchaus eine gewisse Reichweite erreichen, aber man hat halt dann auch nicht so das Mitbestimmungsrecht. Also normalerweise, wenn man eben bezahlte Kooperationen aufsetzt, dann gibt es ein genaues Briefing, dann gibt es Freigabeschleifen, dann gibt es ein Reporting, wo sich der Influencer natürlich vertraglich dazu verpflichtet und dann auch nur das Honorar bekommt, wenn diese ganzen Sachen so wie vereinbart erledigt wurden. Wenn ich jetzt einfach wahllos kleinen Influencern gratis Produkte schicke, dann kann ich zwar versuchen zu sagen, hey bitte poste das und das und der eine oder andere wird wahrscheinlich auch sagen, ja, voll gern mache ich und unterschreibe, aber ich glaube, es ist nicht die Norm, dass man sich da dann drauf verlassen kann, wenn man unbezahlte Kooperationen eingeht, dass dann wirklich dieser Prozess so durchlaufen wird, sage ich, ich stelle jetzt mal so dahin. Ansonsten kann man eigentlich ab 100, 200 Euro schon loslegen. Es kommt voll auf die Größe drauf an, es kommt drauf an, welches Content-Format gebucht wird. Ist es ein Reel, ist es ein Feedpost, ist es ein Story? Da kann man jetzt auch gar nicht pauschal sagen, Story ist immer günstiger als Reel, weil manche Influencer haben so enorm starke Story-Reichweite, dass da eventuell die Story sogar teurer ist als jetzt ein Feedpost, weil eventuell die Feedposts dafür wieder nicht so viele Personen erreichen. Also ich glaube, da kann man pauschal, nachdem alles von den Insights abhängt, jetzt so gar keine richtige Antwort geben, aber grundsätzlich kann man ab 50, 100 Euro schon die ersten Kooperationen umsetzen, beziehungsweise auch unbezahlt. Und ich habe einmal im SNOX-Podcast gehört, die haben ja zwei Personen, die nur im Recruiting von Influencern sitzen, die den ganzen Tag nur Leute recherchieren, anschreiben, managen, versuchen, irgendwie einen Deal hinzukriegen. Das ist ja das Aufwendige auch, oder? Also das einfach zu wissen, wen spreche ich an, vielleicht sogar Erfahrungen zu haben mit den Influencern. Das ist ja auch der Mehrwert, den ihr als Agentur zumindest in der Phase bietet. Genau. Ja, also das ist genau das, was wir vorhin gemeint haben. Wenn wir jetzt einen neuen Kunden haben, dann meistens kommt sogar vor, dass der Kunde gar nicht so wirklich weiß, was die Online-Zielgruppe ist. Wir haben oft Kunden, die erst mit uns diesen ganzen Online-Weg starten und dann meinen, ja, das ist unsere typische Zielgruppe und dann probieren wir uns da mal durch und dann sehen wir aber aufgrund unseres Reportings eigentlich, auf Social Media ist die Zielgruppe ganz anders und ihr sprecht es da viele jüngere Leute an oder ihr sprecht es doch mehr sportliche Männer an als unsportliche Frauen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich die Influencer da schnell raussucht und einen guten Draht zu denen hat. Natürlich sind wir da sehr gut vernetzt. Ich würde mal behaupten, dass sogar 80 Prozent unseres Freundeskreises wie eine Influencer sind. Dementsprechend sind wir da klar im Vorteil und können da schnell mal anrufen und sagen, hey, du, weißt du, wir haben da eine super Kooperation, mach das gescheit, wir schicken da einen Vertrag und das Briefing. Also ich glaube, das ist natürlich ein Vorteil. Und wenn man selber in dem Ganzen so aktiv ist, also wir nutzen Instagram und die Plattform ja nicht nur selbst aktiv, sondern auch passiv und haben da immer einen guten Überblick über die ganzen Influencer, was alle machen und welcher Content sich wie entwickelt und wer sich in welche Richtung entwickelt. und ich glaube, das ist halt einfach das, wo wir sagen, ja, wir sind eigentlich 24-7, egal ob beruflich für unsere Kunden oder für uns als Influencer selbst oder privat als passive Nutzer, sind wir eigentlich immer online. Ich würde sagen, dass wir 95 Prozent aller Influencer in Wien persönlich kennen, von allen Events etc. Also wenn irgendein Kunde jetzt sonst sagt, ich hätte gerne einen Influencer mit einem Haustier, dann wissen wir instant, wenn man fragen kann, wir müssen diese Recherche gar nicht machen, sind dadurch auch viel schneller und können gleich instant fünf, sechs Personen vorschlagen, die was passen würden. oder eben Personen, die jetzt irgendwie vegan sind, fallen wir instant fünf Influencer ein oder die sportlich begeistert sind, was auch immer. Also nachdem wir da seit Jahren so gut vernetzt sind, können wir da sofort eigentlich auf Knopfdruck fünf, sechs Influencer, die perfekt zur Marke und zum Ziel passen, vorschlagen. Gibt es immer genug Influencer oder gibt es auch manchmal Themen, die noch weniger besetzt sind? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Nischen, die weniger besetzt sind. Da zähle ich auch meine eigene dazu. Also im Do-it-yourself-Bereich gibt es sehr, sehr wenig. Also in meiner Größe bin ich tatsächlich die Einzige, die mir da jetzt spontan einfällt. Aber es muss auch nicht immer zu 100 Prozent der Match jetzt auf den ersten Blick da sein. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ich arbeite mit einem Lebensmittelkunde zusammen, der zum Beispiel Schokolade herstellt. Ich mache jetzt kein Food-Content, aber ich verwende zum Beispiel die Schokolade und zeige irgendwie ein cooles Verpackungs-DiY, wie man die toll verpacken kann und dann verschenken kann. Also man muss immer schauen, kann man das Produkt auch umlegen auf die Nische, weil sonst wäre ich jetzt zum Beispiel eingeschränkt auf Materialien. Ich kriege eine Anfrage. Auf den Baumärkten. Ja, auf den Baumärkten oder so. Also da muss man schon auch kreativ sein und die Produkte dann richtig einbinden. Also ich traue mir zu behaupten, ich habe aus jeder Branche irgendwie einen Kundenstock, aber lege das immer genau so um, dass es jetzt wirklich zu meiner Zielgruppe passt. Also ich würde jetzt niemals einfach die Schokolade nehmen und ein Rezept machen oder einfach mit einem Bild, ich habe die Schokolade im Vordergrund und mache ein Bild, macht es so lecker, sondern ich würde es immer auf meinen Content umlegen. Und deshalb ist man jetzt auch nicht so eingeschränkt, wenn der Influencer eine Kreativität hat und man auch als Agentur das sieht. Weil dann gehe ich als Agentur gleich hin und sage, okay, du willst zum Beispiel Frauen zwischen 25 und 35 ansprechen, was jetzt meine Hauptzielgruppe ist, jetzt einmal rein nur von diesen Parametern. Und dann lege ich das eben um und sage, okay, die Person hat genau deine Zielgruppe, wie können wir dein Produkt dort toll platzieren und authentisch? Dann schreibe ich als Agentur gleich ein Briefing und sage, für die Do-It-Yourself-Bloggerin hätte man die Schokolade gerne in einem DIY, für die Fitness-Bloggerin hätte man die zuckerfreie Variante gerne in einem Protein-Shake, ich sage jetzt irgendwas, aber ja, genau, also da kann man schon kreativ sein und dann trotzdem unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Branchen und Nischen ansprechen, wenn man die Kreativität dazu hat, was man glaube ich als Influencer-Seite als auch als Agentur-Seite haben. Das heißt aber, um die ursprüngliche Frage war ja auch, gibt es sozusagen noch Platz für Influencer? Und das waren manche manchmal. Ja, also Platz für gute Leute ist immer und überall, sage ich jetzt. Es ist ein hart umkämpftes Business mittlerweile, so wie viele andere. Aber wenn du gut bist, Durchhaltevermögen hast und vor allem wirklich brav dran bleibst und immer regelmäßig postest, dann hast du durchaus noch Chancen. Also es gibt auch viele Leute, die ruhen sich jetzt aus, weil sie irgendwie jetzt eine bestimmte Followerzahl erreicht haben. Merkt man auch oft, dass das dann irgendwie abstürzt, dass da irgendwie die Reichweite dann zurückgeht. Die Follower bleiben, aber die sind total inaktiv und der Content wird nicht mehr so ausgespielt. Und dann hat man eben genau den Fall, was die Magdalena vorher angesprochen hat, dass man dann vielleicht Influencer hat, die haben 15.000 Follower, aber eine viel bessere Reichweite als Influencer mit 75.000 Follower. Eine sehr schwierige Frage, aber was glaubt ihr, ist so der wichtigste Faktor, warum manche erfolgreich werden? Egal, ob es jetzt eine Firma ist, die ihr betreut in Social Media oder auch selber als Influencer oder wie auch immer. Es gibt ja viele oder vielleicht einige, die ähnlichen Content posten. Warum seid ihr erfolgreich mit eurem Kunden oder selbst und manche nicht? Was glaubt ihr, ist so der Unterschied? Also ich glaube, es spielt schon eine sehr große Rolle, ob man einen Unternehmergeist auch noch hat und wenn man diese Skills rundherum halt irgendwie auch noch mitbringt. Also Kreativität allein, ja, ist ganz nett und schön, aber du musst halt rundum einfach, du bist eine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Du musst von Buchhaltung über Content Creation und Schriftverkehr musst du halt eigentlich alles selber managen, außer du hast ein Management, aber selbst dann solltest du irgendwie wissen, was die für dich ausmachen. Und natürlich Consistency ist der Key. Viele Leute bleiben einfach nicht dran. Also man muss ja ein Durchhaltevermögen haben, das ist ja wie im Sport. Die größten Erfolge verzeichnet man, wenn man konsistent ist, also wenn man immer dran bleibt und durchzieht. Ja, ich habe angefangen 2016, glaube ich, da hat es dieses ganze bezahlte Ding noch überhaupt nicht gegeben. Das war einfach ein Hobby. Ich habe mal drei Jahre lang jeden Tag gepostet für nichts, also für keinen einzigen Cent. Erstens, weil ich noch komplett klein war, keine Reichweite gehabt habe und zweitens, weil es damals eben noch kein Begriff war. Influencer-Marketing hat es damals nicht gegeben. Ich habe jeden einzelnen Tag drei Jahre lang gepostet, ohne irgendwie ein Outcome finanziell jetzt zu sehen. Und die Sarah hat es ganz zu Beginn schon angesprochen. Viele sagen, ja, ich möchte gerne Influencer werden. Ich stehe mir ein bisschen in die Sonne, nehme ein Kaffeebecher in die Hand, mache ein schönes Foto von mir und werde reich. Und so ist es halt leider nicht. Also da steckt so, so, so viel Arbeit drinnen, so viele Monate, Jahre, die man zu Beginn einmal aufbaut, ohne irgendwas zu sehen, weil keiner steigt mit 50.000 Followern ein. Jeder fängt da bei Null an. Außer man ist jetzt irgendwie ein bekannter Künstler oder sonst irgendwas und das ist dann wieder was anderes. Aber das ist ja auch nicht der klassische Influencer-Weg. Also, ja, braucht man auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Aber dass sich das Durchhaltevermögen durchaus lohnen kann, dafür bist du ja der beste Beweis. Die Magdalena ist ja dann wirklich Ende des letzten Jahres extrem in die Höhe geschossen. Ich glaube von 28.000 Follower auf über 240. 246.000. Ja, dann verrecherchiert sie auch. Sehr brav, sehr brav. Ja, und was ich halt auch früher sehr stark gemacht habe, wie ich eben so 20.000 Follower gehabt habe, ich habe mir Konzepte überlegt, ich habe mir Pitches überlegt und bin aktiv auf Kunden zugegangen. Also, ich traue mir zu behaupten, dass ich mit meinen 20.000, 25.000 Followern, die ich damals schon hatte, überdurchschnittlich gut verdient habe. Also, ich habe damals, hätte das schon alleine Vollzeit machen können, ohne irgendwas anderes noch nebenbei, was ich immer gemacht habe. Aber es wäre sich finanziell schon easy ausgegangen. Einfach, weil ich mir vorab ein Konzept überlebt habe, das den Kunden direkt gepitcht habe. Hey, schau, die Produkte passen so zu meinem Content, das kann ich ermöglichen, die Zielgruppe erreicht es hier. Und die Hälfte davon ist dann entstanden. Also, das darf man nicht unterschätzen, wenn man da wirklich auch aktiv auf Kunden zugeht. Jetzt bin ich in der glücklichen Position, dass ich das nicht mehr machen muss, weil ich eben jetzt trotzdem sehr stark gewachsen bin. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen habe, wo ich mir denke, boah, das würde ich jetzt ohnehin super gerne in meinen Content einbauen, weil ich das und das Projekt umsetzen möchte, das würde perfekt dazu passen, mache ich das nach wie vor noch. Und zwar nicht so eine schwindelige Mail, sorry für den Ausdruck, Hallo, ich bin die Magdalena, ich hätte gerne eure Produkte, sondern wirklich mit einem Konzept dahinter, so schaut es aus. Und das ist eben aktive Arbeit, die auf den ersten Blick unbezahlt ausschaut, weil ich sitze mir hin, arbeite da irgendwas aus und schicke es hin. Vielleicht wird es ignoriert, vielleicht wird es abgesagt, aber das sind genau die Kleinigkeiten, die dann eben das ausmachen, ob man erfolgreich wird oder nicht, weil erfolgreich bedeutet jetzt nicht nur 100.000 Follower zu haben, sondern einfach davon leben zu können. So würde ich das jetzt interpretieren. Gibt es Unternehmen oder Brands, die ihr irgendwie im Gedächtnis habt, die mit Influencer-Marketing sehr erfolgreich sind oder erfolgreich? Ja, was mir ganz spontan einfällt, ist Naked zum Beispiel oder Ideal of Sweden. Das sind zwar so klassische Unternehmen, ich glaube, wenn man an Influencer-Marketing denkt, dann sind die zwei Unternehmen, die mir ja instant einfallen, weil jeder einzelne Influencer, glaube ich, mit den zwei Unternehmen schon mal was gemacht hat. Ich auch. Ich auch zum Beginn, ja. Also die haben halt wirklich und alles auf Gratis-Basis. Und die haben die Marke einfach wirklich ausschließlich durch Instagram aufgebaut. Also die sind klassische Instagram-Brands. Die sind so entstanden, auch sehr viele, in der Fitnessbranche ist da auch sehr viel entstanden, also Gymshark, weiß nicht, OASports oder Oceans. Also das sind diese Brands, das sind definitiv klare Instagram-Brands. Die sind nur deswegen da und ist auch über dieses Ambassadorship-Marketing dann einfach groß geworden. Spannend. Es gibt ja auch ein neues Fitnessstudio, das sie in Wien aufgemacht hat, oder Neueres. Und da spürt man auch vermehrt Influenza-Aktivität, ohne da was irgendwie unterstellen zu wollen. Ich habe jetzt da ein Fitnessstudio im Kopf, ja. Genau, ja. Also das ist eine Methodik, die auch da lokal einfach, glaube ich, auch mit Dienstleistungen oder mit Dingen. Komplett, ja. Und es funktioniert. Also ich glaube, wenn jetzt Naked oder Ideal of Sweden oder besagtes Fitnessstudio das Geld in TV-Werbung investiert hätte, beziehungsweise ja wirklich enorm viel ohne Budget überhaupt gemacht hat, weil jeder Influencer, egal ob der jetzt 1.000-Follower oder 200.000-Follower hat, hat irgendwas mit diesen Unternehmen gemacht. und ich traue mir zu behaupten, 80 Prozent davon unbezahlt und wenn man es überall und immer wieder sieht, ja komplett, man muss halt danach aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ja. Also bei Naked und Ideal of Sweden zum Beispiel, sehe ich persönlich jetzt nicht mehr ganz wenig. Nein, die haben sich das alles aufgebaut, sind jetzt richtig, richtig groß, haben selber auch eine enorme Reichweite von, ich glaube, mehreren Millionen auf dem Instagram-Konto und dementsprechend können sie jetzt halt selektieren und machen jetzt halt nur mehr so richtige Kollektionen sogar mit großen Influencern. Jetzt fahren sie ein anderes, also eine andere Strategie, aber aufgebaut haben sie die ganze Brand mit jedem Influencer. Seht ihr es eigentlich sinnvoller, kurze Zusammenarbeiten zu haben oder langfristiger? Also wirklich auch jemanden für eine Marke zu gewinnen, long run? Auf jeden Fall langfristig, würde ich sagen, weil es viel authentischer ist. Also ich glaube, langfristig wirklich solche Ambassadors, aber trotzdem dann auch hin und wieder kurzfristigere Geschichten auf Kampagnen bezogen. Aber so richtige Gesichter als Ambassadors zu haben, ist immer eine gute Geschichte und vor allem, man darf ja auch den psychologischen Aspekt nicht vergessen, dass meistens ja auch die Influencer sich dann dieser Brand, also dieser Brand-Family zugehörig fühlen. Wird auch ganz oft so gehandhabt, dass die gemeinsamen Content-Urlaub machen, dass das einfach sehr familiär aufgebunden ist, dass dann die Influencer untereinander zusammengebracht werden und so ist das halt ein bisschen, ja, ein verbindlicheres Konstrukt, was da entsteht, was ja auch sehr, sehr gut für die Brand ist. Ja. Okay. Jetzt gibt es zum Beispiel die Marke Rocker Nutrition, die gefühlt, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber den Influencer extrem an das Unternehmen anbinden. Ja, das ist generell in dieser Fitness-Supplement-Branche sehr, sehr stark. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin eine der ganz, ganz wenigen Fitness-Influencer, die keine Dauerkooperation mit irgendeinem Fitness-Protein oder was weiß ich was am Unternehmen hat, weil es meines Erachtens einfach so sektenmäßig schon ist und ich halte es tatsächlich bei vielen Kollegen nicht aus, also alles in dieser Branche, das ist eigentlich eine Dauerwerbesendung in der Story und es ist einfach nur nervig und jede Woche kommt ein neues Produkt mit der besten Cookie-Flavor was weiß ich was raus. Und die werden dann ja auch wirklich hart gebrieft, also da gibt es auch ganz strikte Verträge, also ich habe das auch oft schon angeboten bekommen, kriegt man eine super Affiliate-Marge, aber es ist halt eine Dauerwerbesendung. Also es geht ja dann wirklich, das ist auch so aufgebaut, dass es jede Woche Aktionen gibt und die sind natürlich nur 24 Stunden und limitiert und was weiß ich was. Ja, es funktioniert natürlich für die breite Masse. Ich finde, es ist keine gute Herangehensweise und ich glaube nicht an die Nachhaltigkeit der ganzen Geschichte. Ja, was Rocker Nutrition finde ich ein bisschen anders macht und ich erinnere mich auch an About You, das es mit viel Größerem macht, die kreieren ja gemeinsam Produkte sogar. Also da gibt es ja dann das Influencer-Name A, Proteinpulver und das ist das Vegan-Special von dem und das ist das Gesicht von dem Influencer oben und das sind extrem langfristige Kooperationen. About You, glaube ich, macht das mit Stars, mit Modelinien, die kenne ich nicht so gut aus, aber die habe ich so verstanden und so. Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Ansatz, viel mehr als nur einen Promocode jemandem zu geben und zu sagen, so macht die Story. Ja, aber genau das ist das, was ich gemeint habe. Also so versucht man ja diese Brand-Family aufzubauen und so hat man die Influencer auch irgendwie ein bisschen, sagen wir jetzt ganz hart ausgedrückt, psychisch unter Druck, weil die sagen, ja da ist dein Gesicht und dein Name sogar oben, du kannst doch jetzt nicht zur Konkurrenz gehen. Also, aber auch eben im Fitnessbereich sieht man es ganz oft, wenn ein Vertrag schlicht und einfach ausläuft und die Person bis zum letzten Tag komplett, na, das ist der beste Booster, das ist das beste Proteinpulver und am nächsten Tag, ich habe eine große Verkündung zu machen, ich bin jetzt im Team XY und ich verwende das eigentlich schon seit drei Monaten und du denkst, ach so, aber bis gestern hast du eigentlich für die anderen Werbung gemacht. Also, ja. Das ist wieder das Stichwort Authentizität und viele Unternehmen, die um den Kreis wieder zu schließen, da keine professionelle Unterstützung haben, haben vielleicht auch keinen, der diesen Influencern schon folgt und das mitverfolgt und der hat keine Ahnung, dass der vor zwei Monaten nur das komplette Konkurrenzprodukt beworben hat, der sieht nur, ah, der passt perfekt von der Zielgruppe, weil der macht Sport und der nimmt Supplements etc. Den spreche ich jetzt an, aber ohne dieses ganze Hintergrund, Know-how, fehlt dem eigentlich die relevanteste Info und zwar, dass der vor zwei Monaten das komplette Konkurrenzprodukt beworben hat und was natürlich für das Unternehmen unauthentisch ist, wenn die dann im Briefing sagen, was sie verwendet, das ist schon seit einem halben Jahr, ist dann für den Influencer sowieso komplett unauthentisch, werde ich nie nachvollziehen können, warum man sowas macht und die Community fühlt sich natürlich auch unter Anführungszeichen, sorry für den Ausdruck, jetzt verhebt. Ja, das ist natürlich komplett am Ziel vorbei, sowas. Palmers hat noch in einem Vortrag, die haben sehr viel versucht, mit Influencer zu arbeiten und die haben ein, ah, Sixt, Entschuldigung, Sixt war das, und das war schon vor vier, fünf Jahren und die haben erzählt, dass sie es eigentlich sogar verwenden, um Content zu produzieren, also die Kooperation im Sinne von die Reichweite der anderen ist dann für sie der nette Nebeneffekt, aber Autos, ihre Autos in der freien Wildbahn in Situationen zu filmen, ist mit Influencer viel günstiger, Content aufzubereiten als mit professionellen Fotos- und Kamerateams. Also ist das immer, ist das manchmal das Verhandlungsgeschick, dass man sagt, wem gehört auch der Content, darf das die Firma dann auch weiterverwenden oder wie ist das? Also das ist immer eine Frage der Nutzungsrechte, die natürlich immer zusätzlich abgegolten werden sollten, ich sage jetzt sollten, weil wir wieder beim Thema sind, neue Influencer, die es noch nicht lang machen oder die sehr schnell, sehr stark gewachsen sind, die wissen sowas wahrscheinlich, vielleicht. Oder die sich vielleicht auch gar nicht mit einer Selbstverständlichkeit, also mit dem irgendwie sagen trauen, hey, wenn du das Brust nah willst selber, dann zahlst du für extra. Also ich glaube, das ist, da kommt eben wieder das rein, bist du Unternehmer und Influencer oder bist du Influencer? Und das tut mir halt auch ein bisschen weh, weil wir sehr stark auch mit Fotografen und Videografen zusammenarbeiten, die natürlich auch unter diesem Aspekt leiden, sage ich jetzt mal, die hochprofessionellen Content machen und dann ist es halt bei Influencern teilweise sehr viel günstiger. Also ich kann da immer nur wirklich appellieren, verrechnet das, das ist sehr viel wert. Also Content, Erstellung, Nutzungsrechte, weil ich wirklich, ich war früher auch so, gerade wie ich angefangen habe, ja, ein großes Unternehmen will das dann auch auf ihrer Seite posten. War wie cool. Wow, ja bitte gerne, überall, belicht es mich gerne und nehmt es für alles, haut es in die TV-Werbung rein, ist mir alles wurscht. Aber das geht halt einfach nicht. Also das, man muss Nutzungsrechte verrechnen, das ist extrem viel wert und es wird halt auch dann ausgenutzt, irgendwo verständlicherweise, weil das Unternehmen sagt, naja, leider, Nutzungsrechte hätten wir jetzt nicht, aber wir markieren die, du kriegst unsere ganze Reichweite, du wirst dort platziert und natürlich klingt das auf den ersten Blick cool. Ja, aber ich glaube, dahingehend ist es generell ein bisschen ein Thema, dass eben, weil das so unbekannt ist, dieses ganze Gebiet, unreguliert, viele Leute mit Halbwissen und das ist halt trotzdem immer, also oft in so einer Partnerschaft oder Kooperation einen stärkeren Part gibt, der den Schwächeren ausnutzt. Und wenn da dann niemand ist, der da irgendwie einen Blick drauf hat und sagt, hey Leute, das ist überhaupt nicht üblich oder so, dann zahlt einer drauf, sagen wir mal so. Geht in beide Richtungen, also geht sowohl vom Influencer aus als auch von den Unternehmen. Um den Kreis zu schließen, wer all das nicht alleine, egal von welcher Richtung, also der Unternehmer oder vielleicht auch der Influencer, sagt, er will da von euch betreut werden oder beraten werden und so weiter. Wollt ihr kurz sagen, was so in diesem Bereich eure Leistungen sind oder was der ideale Zeitpunkt ist, um euch zu kontaktieren? Ja, wir haben zwei Sparten, das ist eh schon kurz angesprochen, einmal die Betreuung der Kunden, der Unternehmen, einmal die Betreuung der Influencer, also wir bieten beides an. Bei Kundenseite fängt es an von eben den passenden, eigentlich zu Beginn mal die Ziele definieren, das Budget, was kann man mit den Zielen und Budget, was kann man da zielgerecht konzeptionieren, sage ich jetzt mal. Also was ist damit möglich? Dann die Recherche der passenden Influencer, die Anfrage der Influencer, die Erstellung der Briefings, basierend natürlich auf den Zielen, der Versand der Briefings, die Insights einfordern zunächst, um zu schauen, passen die Influencer überhaupt von der Zielgruppe her. Und passen die Preise dementsprechend dann auch. Genau, Verhandlung der Preise, Checken der Verträge, dann die Feedback schleifen, Influencer erstellt den Content, schickt den zu uns, wir leiten das ans Unternehmen weiter, gehört mir irgendwas angepasst, vielleicht aber wenn das Unternehmen jetzt da gar nicht so den Blick drauf hat und die Expertise fehlt, da vielleicht von uns nur mal das Feedback, das und das ist eigentlich nicht zielführend umgesetzt oder das passt perfekt. Dann wieder Übermittlung an den Influencer, Freigabe, der postet das, Nachposting, dann Einforderung der Insights, Aufbereitung des Reportings, Freigabe der Rechnung etc. Also eigentlich von Beginn bis zum Schluss begleiten wir da den Kunden und auch in der Konstellation natürlich auch den Influencer, der ja auch mit Fragen auf uns zukommt, weil wir die Schnittstelle sind, betreuen wir den genauso mit, auch wenn es jetzt was anderes ist, wenn der Influencer direkt bei uns unter Vertrag ist, kann vielleicht Sarah jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, wenn wir direkt das Management vom Influencer machen. Also die Influencer, die logischerweise bei uns unter Vertrag sind, zu denen haben wir ja auch schnelleren Zugriff. Da schauen wir auch, dass die außerdem neben den Kooperationen auch noch sonst von uns irgendwie weitergebildet werden. Es gibt ja auch ständig irgendwelche News von Instagram. Also jetzt aktuell haben wir ja das ganz große Problem, das rechtliche Problem mit dem Urheberrecht, dass da in Deutschland, Österreich eine große Abmahnwelle bezüglich der Musiklizenzen, die für Reels, also die Musik, die für Reels verwendet wird, dass da sehr viel abmahnt werden und rechtlich verfolgt mit hohen Strafen. Da sind wir halt dann auch sofort immer am neuesten Stand und möchten natürlich auch unsere Creator immer informieren und sagen, hey Leute, ab jetzt solltet ihr da und da aufpassen, weil jetzt hat sich das geändert und natürlich eben auch verhindern, dass unsere Influencer sozusagen von den Unternehmen ausgenutzt werden und dass wir sagen, hey, die wollen das auch, weiß ich nicht, im Werbespot, im TV irgendwie verwenden. Also da kannst du auf jeden Fall, das ist marktüblich, also da kannst du das und das noch aufschlagen. Diese Buyouts kannst du mit dem bepreisen, das kannst du so machen. Also wir schauen einfach, dass das alles fair ist und ich glaube, zu unserer USB gehört ja auch, dass wir transparent und messbar sind und das bieten wir einfach beiden Seiten. Also wir wollen im Endeffekt, dass alles fair und, ich sage es mal so, wie wir es immer sagen, leibernd ist. Also dass das Zusammenarbeiten, egal zwischen wem, einfach auf einer großen Vertrauensbasis eben passiert und dass es einfach leibernd ist. Das heißt, beide Gruppen dürfen sich einfach bei euch melden und wir führten mal ein Gespräch mit ihnen. Ja, hello at gingerit.at oder einfach auf Instagram anschreiben. Hey, es ist aus, mag die. Wir wollen natürlich alles verlinken, beziehungsweise auch einblenden. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sagen danke. Wir hatten sehr viel Spaß. Danke für die Einladung.